und die Mühle wir wollen zwar schon drinnen aber Scheißfrau einfach noch mal was so schön war so hier jetzt nahe in die gute Stube Uwe geil zieht den Schwanz ein ah nicht wir wir gehen hier ganz mutig zieht Schweinsei da hat doch Pech da hat doch Pech da kommt der Auto kommt der Auto ey warte warte ey hier ist Stoff und Ende na Stoff ist ja immer übel da kann ich mich als Junkie ausleben kappen Alter das runterklettern dauert ewig halt die Klappe ich glaube ich hab Nushi Klaus oder Kaloppel ja hier ist ein Monster ich hab ne Rüstung gefunden in so nem Koffer also Kleidung aber dass ich mir die anziehen konnte war warte mehr ich muss mal kurz ich mach mal mit Katana mach ich mal auf die 1 ah ja stimmt das sollte ich mir auch mal machen Pfeile werden halt gut hast du eine Feder doch eine hab ich noch soweit ich war jetzt da oben na klar ach hier ist die Katana Hülle glaube oh die ist mal nie ohne Ende da haste äh deine Feder danke hier war ich damals mit dem anderen Lukas gibt's hier Essen ist ja geil ach das ist nachgefüllt hier hier das war hatten wir alles geplündert was ist denn das hier alles für Zeuge gibt's ganz viele Rolexes dann baut man Bomben ach so ach ich kann die nicht aufsammeln das ist komisch ja weil das zu viele ist ja moin was ist denn gestiert und acht Katana gut hm so hier ist noch ein Tank geil wo ah den kann ich nicht aufsammeln hier hinten gibt's hier nicht die Kettensäge moin mhm moin hallo glaub ich hab Muschiklaus oh shit mittlerweile kommt drei sanierte The Forest Aufnahme von uns rein geht die grad auf oh sorry warte ja wie lang noch ungefähr keine Ahnung aber ich geh da noch auf ungefähr ja ach so ja ok ja ich mich nicht ja ich glaub da hinten war nicht mehr viel das war damals schon verwandt immer da hat nämlich Phantom Mate mich getrollt der hat so weil ich hab dieses Ding übersehen was hier drin war und da hat dann gesagt naja das muss woanders sein die ganze Zeit so ich hab so ein Hals auf den ne ja ich hätte das so ein bisschen auf dich ihr habt ihr habt gespielt und gespielt weißt du und das ist eigentlich ein projekt mit uns gewesen so naja ihr geht schon in die Höhlen rein und erkundet alles so weißt du holt alles raus das war ja das Ding weil du nicht da warst irgendwie das war dann mitten in der Woche ne ne du kamst danach irgendwie 19 Uhr oder so weil du warst vorher auch schon da dann wollten wir aufnehmen dann bist du irgendwie weg und dann haben wir halt schon mal angefangen und dann kamst du wieder am Ende der Aufnahme warst du dann auch noch dabei sogar ja aber ich hab da mehrere folgen alleine gemacht naja so zwei glaube alleine und in der dritten kamst du dann dazu wieder und ihr habt in der Zeit zwei, drei Höhlen erkundet na ich weiß nicht mehr wo wir waren also eigentlich nur in einer Höhle oder mit der Ketten sehe ich und Katana schon ne das eine da waren wir zu dritt mal unterwegs und da warst du aber glaube zur Zeit in der Base weil du glaube tot warst oder so oder warst du zumindest hier auf der Welt irgendwie sowas also das kannst du auch in den Folgen nachgucken kann man hier überhaupt Screenshots machen ich weiß gar nicht ja FC achso na das geht ja eben bei Fraps auch boah shit jetzt ist mir das Licht aus aber boah ich muss shit ich muss die Axt nehmen schnell nochmal schnell das Licht wieder an weißt du bist tot? ne ne ja achso gut ey es gibt übrigens jetzt bald einen zweiten Teil von The First ne echt? einen zweiten? ja der ist übel brutal also nicht brutal aber übel realistisch achso, hä? ich dachte die werden wir uns holen ich dachte die machen The Forest immer weiter also wie Minecraft oder so achso das Spiel heißt dann irgendwie Dings of the Forest oder sowas achja so ein extra Zusatz noch ne? das hatte ich glaube auch mal gehört nein nein extra Spiel ja ja ähm The Forest Doppelpunkt irgendwas weißt du so als eigener Titel das ist das eigene Spiel na da gibt es dann Pistolen und die Viecher sind brutaler und alles alter achso dann gibt es dann neue Höhen bestimmt ja bestimmt auch eine größere Map ne? weil die hier ist relativ begrenzt es war auch groß aber es könnte auch größer sein du hast halt das Wasser so richtig als Grenze hm achso du bist tot hier ich helfe dir mal hoch danke ich dachte schon was kauert da so es ist ein Nadelbaumsweg und es fallen einfach Blätter vom Baum ja das ist auch immer so ne Logik ey oder in Mohun, da kannst du immer die ganzen Bäume hunderttausend mal anschießen sind immer noch genau so viele Blätter runtergefallen ach gut wir reden hier von dem Game was gefühlt 1900 das war von 1999 das Spiel das ist so alt wie ich hier kann man speichern und ein paar Pen oh ja stimmt chillig boah hab ich hier ist noch ein Topf wo? ja da für deinen Topf steht hier können wir hier ja sammel auf achso das geht na gut da muss ich mal meinen Topf nehmen aloe vera alter ja was kann man damit machen mit dem Topf wenn wir da behalten kann man dann abkochen achso und dann hast du sauberes Wasser ok nice scheiße sick ja ach shit nicht dass ich jetzt auch sterbe warte ich geh mal lieber den sicheren Weg boah ich bin ja am durchsprinten ey das ist ja wie ein F1 erst mal baden gehen bisschen säubern ach wo bist du jetzt ach hier da oben drauf ach ich komm hier nicht hin ey scheiße doch hier ja so bitte wie ein Baum na klar was so zum Taucher ach hier gibts noch Koffer ach die kann man nur irgendwo öffnen das ist ja auch dumm na ach ne jetzt hab ich ihn dir geklaut glaube ich mhm ich hab ihn geöffnet ok gut boah von unten sieht die Wasseroberfläche so geil aus ne das feier ich immer na aber ne Höhle ist ja nicht so in Sicht oder mhm gibt's hier mal was schönes Fisch kann man die einfach so erstechen ja aber mit dem mit diesem Stick geht das am besten ne wenn du hier so einen Stab nimmst und dann wie so ein Speer da rein stichst mhm nicht unbedingt ok na ich sauf mal so da wir haben sauf mal so da na das ist ja nur so da ne da geht's ja noch so da mit Alkohol hm das sick na ich mach mal kurz ein Lagerfeuer und zum Essen ah ok kann man ja auch das Lagerfeuer Lied spielen ich heize es mal an mit Geld kannst du noch irgendwas drauflegen was meinst an essen achso na ich hab ja noch Raw Rabbit tatsächlich guck mal im Moment auf das noch gut ist achso das steht da ja hier steht Edible ich glaub das ist noch es ja jetzt liegt zu viel drauf gell erstmal deins essen so aber warte mal man kann das ja nicht tragen gell oder nein du musst da er drücken auf den Lagerfeuer dann eh also ich hab halt jetzt vollen Hunger also kann ich es jetzt auch noch roh behalten im Inventur ok das ist besser jetzt ist es drauf das ist dann für dich weil du hast einmal gegessen ich hab zweimal ja aber ich hab schon vollen Marken weißt du achso deswegen ist egal ist trotzdem ok ich kann noch ein Bein drauflegen